Alter, man ist so schnell mit dieser Waffe. Oi! Oi, oi, oi! Nein! Ohohoho! Oh mein Gott! Jaaa! So gedribbelt! Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem 2Kanal auf fieser Dinkel. Es ist aktuell ein Aufsatz verbuggt und zwar ein Griff bei allen SMGs und zwar der umwickelte Griff, womit ihr ja über die Map fliegt. Auf jeder SMG habt ihr damit einen Movement Boost, der ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie lange das noch im Game sein wird. Es ist auf jeden Fall verbuggt und absolut overpowered und ihr werdet damit so die Gegner schwindelig spielen können, wie in diesem Video teilweise. Ich hoffe, euch gefällt das Gameplay, da hat es positive Wert und kostenloses Abo da, wenn ihr den täglichen WoWZone-Content sehen wollt und ja, ganz viel Spaß mit dem Video. Abfahrt! Hat der Skin, den du gerade gespielt hast, noch anders? Ne, ich glaube nicht. Hallo? Ey, ne, nicht, äh, disconnecten. Du kommst mal in die Tarnung, 50 Abschluss auf Fortune's Keep. Alright, schauen wir doch mal. Gas nähert sich deiner Position. Sollen wir mal Winery starten? Überlebe den Wiederauferstehungs-Countdown, um deinen Wiedereinstieg zu garantieren. Versiehende Punkte, um ihn zu beschleunigen. Jage die Feinde, bevor sie sie jagen. Feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Jut, dann schauen wir uns mal den Wumms hier hinten an. Liebe Grüße an die Third-Party an der Stelle. Kuss geht raus. Oh. Oh, ach, ne Goldene. Kann man sehen, was für Aufsätze da drauf sind? Sieht doch übeln nice aus. Oha! Okay. Das war der, glaube ich, ne? Habe ich ganz auf den Namen geachtet. Okay, hier muss man wieder eine Leiter hoch, natürlich. Natürlich muss man hier wieder eine Leiter hoch, Chad. Was denn? Wurde sich Lodort schon gezogen? Das war das? Was denn? Bis zum nächsten Mal. Das war die Feinde. Das war das. Das war das. Das war das. Ja, das war das. Das ist just. Was. Das war das? Das war die Feinde, Leiten. Ungarn, wir landen im Einsatzgebiet. Ja, 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 bin da, chat, alles gut. So, any loadout für Dinkel? 7,5, geil. Alter, man ist so schnell mit dieser Waffe. Bis zur Nähnlichkeit und noch viel weiter. Ein Winery in den Brunnen Gold werfen. Das ist ja übel sick. Okay, komm, dann schauen wir uns in Winery, werfen wir in Winery mal eben einen Dings. Ist das da ein Easter Egg oder wie sieht das aus? Müsse ich nur kurz einmal zurück. Wie werfe ich denn da Gold rein? Habe ich da überhaupt Gold? Also, dann wird das vielleicht so angezeigt oder so. Das ist ein Fehler gerade aktuell, ja, ja. Jippi. Wo war der nochmal? Ach, da war ja Winery gerade. Ich bin dann vorbeigelaufen. Wie Gate droppen einfach. Da kommen jetzt die Bots runter, wenn ich es nicht verstanden habe. Das hatte ich ja gestern noch schon einmal. Einfach Gate droppen. Wo ist denn der Brunnen? Feindliche Drohne ist aktiv. Oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi. Aua. Aua. Ja, nee. Endset. Chat, Endset. Endset ist es. Endset ist es. Muss man gar nicht drüber diskutieren. Womms. Ich bin ein bisschen dumm, glaube ich. Meint der, meint der den Brunnen hier? Nee, oder? Oder doch? Ist da gerade was passiert? Ins Fickmaul! Nee, das ist auf jeden Fall kein Brunnen. Oder? Was ist denn da jetzt gerade rausgekommen? Alter, du bist wirklich so schnell. Nee, das ist ja gestört. Nein, da kommt ein SUV. Ich dreh durch. Wer hat es die Kacke denn bestellt? Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Aufkanken. Warum stand da Faser zerstört, wenn es nicht zerstört ist? Frage für einen Freund. Alles auf einmal reinwerfen. Oh. Mehr Geld, besserer Loot. Okay, okay. Ich dachte, es wäre jetzt so ein E-Sec, dass man dann irgendeine Sache freischaltet oder so. Ey, ich muss sagen, gerade macht es echt Spaß. Ich weiß auch nicht. Aber mit dieser, also wenn man so schnell ist, ist er wirklich komplett krank, ja? Also du läufst einfach, du bist die ganze Zeit so schnell wie mit Tempo-Boost. Das ist komplett krank. Kommt man irgendwie hoch, auch außen? Nee, ne? SDG habe ich natürlich getestet. Ah, hier kommt man hoch. Das ist auch irgendwie geil, so ein paar neue Ecken zu entdecken. Nee, ich habe nicht den Burst, glaube ich. Ich habe den vorletzten. Den für Bullet-Velocity. Mal ein bisschen zu schnell. Umwickelter Griff ist verbuggt. Juhu. Über das Blumengitter ging das? Bro, das macht schon Spaß. Ich glaube, hier gibt es auch so viele nice Jumps, die man noch lernen kann. Guck mal, alleine das... Huch! tschüss jetzt kommt es drauf an das gas weitet sich ich will den auftrag annehmen ich will den auftrag annehmen ich habe die augen verloren aber alles gut bist der beste ich gehe jetzt fern gut nachher mein bester aber wo habe ich denn jetzt ein bounty bekommen ich fasse es nicht hier siehst du halt nix ne komm wir gehen mal jetzt von haus zu haus hey ja es ist wirklich wie permanent speedbus auf jeden fall aber eigentlich will ich da nicht hin wenn man so überlegt ich bin hier eigentlich viel besser aufgehoben also es ist gerade die blicksten hier die spiele ne für alle die sich fragen ich habe auf der marco noch nicht diesen umwickelten griff freigestaltet das gas weitet sich aus sicherheitszone verlegt der sorgt halt für diesen insane speed boost bleib wachsam ein feindliches team verfolgt deine position das gas nähert sich dir hey warum sehe ich die gegner nicht falsch unkorrekt fraud oder war abgelaufen in der sekunde ich drehe durch ich brauche mal safe revive oder sowas ne wo 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 alles gut ich bin doch da was jetzt in einem loch könnte ich alles verlieren deshalb bleib ich bei dir wuppertal